Hier sehen Sie die Pina Viserys von außen. Das ist von Pina. Super schön, wir waren gerade zum Mittagessen da. Raumhaft leckeres Essen. Und es würde uns jetzt vier Tage bestimmt super gut gehen. Matthias, wie war das Mittagessen? Das Mittagessen jetzt war sehr, sehr lecker. Und ja, wir werden euch nachher dann zeigen, wie die Teestunde ist, wie das Auslaufen ist, wie heute Abend das Essen ist, was heute Abend alles auf dem Schiff geboten wird. Und ja, da werden wir euch dann nachher von Bord an wieder mehr berichten. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach unten auf Reisebüro Fedda gefällt mir drücken. Dann seht ihr auch die anderen Videos. Bis dahin, ade. �ga. Und hier oben sehen Sie die Prima. Alles speziell nicht mit den Pokokos? Ja. Ja, die Randi kommt ja jetzt mit dem Auto hier.